Der Alfred kennt so viele Leute, gell? Der kennt wirklich so viele Leute und wir mittlerweile auch. Und er hat heute gesagt, wenn ihr bis zum Schluss da bleibt und weiterhin so eine Stimmung macht, dann kriegt jeder von euch, jeder einzelne, kriegt ein Bus ein. Es steht nach einem Ausgang. Du musst da entzövieren, du musst da entzövieren, du musst da entzövieren. Wie kommt mit dein Fenster? Ne, du musst da entzövieren! Lassen wir uns scheitzen, die dünnen! Das bringt uns ein! Es ist mehr zu sein, die ein. Bei Wiesse muss eigentlich nur auf Nahrer sein. Das bringt uns ein! Es ist mehr zu sein, die ein. Bei Wiesse ins Buch in der Luft soll ja sein! Und wir auch mehr Knackler, du musst da entzövieren! Du musst da entzövieren, du musst da entzövieren! Die Kopf des Fensters, das lieber Schatz, da will Halleluja 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 Wir kommen durch die Schweinstraße, bitte nach die Tür, das liebe Schatz, glaube ich.